Hallo ihr Lieben und Willkommen bei Clean Foods. Wir bereiten heute ein hawaiianisches Gericht zu und zwar verwenden wir dazu unseren Rohreis. Dieses hawaiianische Gericht heißt Pokeball und davon gibt es auch mehrere Varianten. Wir haben uns jetzt mal für die California Ball entschieden. Und die Vorteile, wenn ihr den Rohreis dazu verwendet, sind ganz einfach. Er hat einfach nur sechs Kalorien pro 100 Gramm, ist glutenfrei und sehr ballaststoffreich. Das heißt ihr bleibt sehr sehr lange satt. Jetzt habe ich aber genug geredet. Legen wir los! Bis zum nächsten Mal! Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Es ist ein super einfaches und leckeres Rezept. Schreibt es doch einfach mal in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat und ob ihr das Rezept ausprobieren werdet. Macht gut! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!